Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. Ok, die Tagesmission werden wir jetzt machen. So, diese hier machen wir. Schauen wir mal ob der Kopfgeleger da in der Gegend wo ist oder ob er oben ist. Wo ist die Mission? Ah da, na super. Was weiß ich. Ich werde schön die Seitengassel nehmen, das mit der Kopfgeleger nicht erwischt. Schauen wir mal. Was ist da? Der ist da oben. Mein Gott. Schauen wir mal ob wir da woher schief fahren. Sonst muss ich schwimmen. Schauen wir mal weiter mal. Auswecken. Ich hab's Alley. Ich hab's Alley. Oh, ich hab's Alleyes gemacht. Ich hab's all erledigt. bin, dann wird der auch kommen. Schauen wir mal. Jetzt schwimmen wir da um und dann nehmen wir ihn sein. So, da verstecken wir uns gleich mal. Na, hier schießen sie zuerst und fragen dann. Ja, das ist ganz sicher sein. Ist er tot oder was da bitte? Das nervt mich, dass der Kopfgeld in der Nähe ist. Wie weit ist er weg? Jetzt kommt er wieder runter. Na ja. Voll Arsch ist das. Ach Gott, Herst! Na doch, hm? Ich muss ein bisschen weg da. Normalerweise darf er da jetzt nicht wissen, wo ich bin, na. Ich muss da gerade rein gehen. Jetzt ist er echt voll Arsch. Ja, ist er da. Ja. Hat er mich schon aufgespült oder was? Jetzt steht er da. Und geht genau da rein. Das brauche ich jetzt da. Das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz. Ich tue einmal ein bisschen dezimieren. Zu weit weg? Der vielleicht? Der ist unter der Plane. Unter dem Tal. Und der steht da drüben, wie ein Tab. Aha, vielleicht geht er jetzt. Gut. Ich darf nur nicht auffallen. Ah, er geht. Gut. Und wem nehme ich als Nächsten? So. Schauen wir mal, ob wir da oder den... ...nehmen können. Ich schande die Truppen! Der tut Alarm. Ich weiß gar nicht, wo das fair ist. Ich töte dich! Ich töte dich! Ach, Gott, auf das Feuer verkehrt ist nicht der Fall im Ofen, keiner. Ach, Gott, auf das Feuer verkehrt ist nicht der Fall im Ofen, keiner. Die Verstärkung kommt. Ach Gott, da geht wieder alles schief. Und da drüben ist da... ...verstärkung und Kopfgeldjäger und... na, das ist ja wieder so super! Das zieht es mir wieder so super rein! Da willst du nur eine kleine Nebemission gleich machen, weil ich kurz Zeit habe. Und was ist dann auch wieder so... Und was ist dann auch, das wird auch so aus! So, das sind sie jetzt einmal beruhigen und dann... So, das убereich ist toys. Ich spiege mal den Herst. Schau mal wie wirisen. Man hat alles neustelle sich ein Arschloch. Was heißt Missgeburt? Komm her, du Volltrottl. Ja, das war es. Eine kleine Kopfnuss gegen die Keimauer, du Wichser. Das war das. Blüten tust du auch wie ein Sau. Und weg ist es Blut. So, Kopfgerljäger ist der jetzt. Ah, der gerade nur tot. Epa dumma dumm. Boah, das geht mir am Arsch. Wenn mir das noch bei Hund bricht die Dreckmission an und mach was anderes. Weil das geht mir am Arsch. Der halt mich nur auf, der Wichser. So, da sind wieder Verstärkungen, ne? Die Kammer entspracht. Ei, 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 ei. Warte mal den Ball, ich gleich mal weg da. So. Hier ist mal einer weniger. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ja, bleib vielleicht. So, Wahnsinn. So. Und ich da jetzt einige. Ach so, da sind ja wieder neue gekommen. Ja, ja, ja. Aufpassen. Mir stimmt was nicht. Der rennt ein Deppertumertum. Kann er sich nicht schleichen, oder was? Ja, mit dem kann ich nicht fahren, mit dem Baum. Ja. Da schauen wir mal, da kommt eh keiner. Komm her zu mir. Und der ist hurtig, wenn's geht, ja? Ein Schwachkopf und ein Feigling. Ja, komm her. Das ist erledigt, du Feigling. Oh, ja. Daher hat man nicht da recht. Nee, da ist es hier. Nee, da ist es nicht da. Es ist nicht da. Da sind wir? Ja, du feiert, du hast. Du hast Glocken nicht geholfen, da hast du dir nicht angerert. Das ist kein Herz. Aber du hast du uns? Ah, da kommt er. Ja, kommt er. Der hält mir nicht. Ich will mich trotzdem vorsehen. Alarm! Alarm! Ich deck dich. Sei unbesorgt. Hey! Bist du schon müde? Hab dich! Und weg! Komm! Geh weiter! Bleib nicht stehen! Das wäre ein Mikro von den zwei Idioten da unten. Nein. So. Das gehört. Seid wachsam, Bruder. Uns überrumpelt heute nichts. Manns? Komm her. Was ist richtig? Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ja. Komm her. Du hältst dich für was Besonderes, hä? Ja, ich bin was Besonderes. So. Der ist immer noch da. Der geht nicht so schnell weg, der Arsch. Der geht nicht so schnell weg. Hier ist Riedersfreund. Er ist tot. So. 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 mich freuen auf ein Abo, ein Like und ein Kommentar. Tschüss, ich bin raus.